einen wunderschönen guten tag mein lieben herzlich willkommen zu einem neuen fifa video es ist wieder mal ein sbb am start und vielleicht noch eine kleine info am anfang rewards videos von weekend league wird es bei mir nicht mehr geben weil ich ziemlich wahrscheinlich keine weekend leagues mehr spiele das einzige was hier auf dem kanal noch kommen wird sind sbb oder vielleicht auch noch ein anderes format und ja soviel dazu der heutige sbb partner ist ist schon stammgast bei uns und um ja herzlich willkommen zurück mein lieber hallo schön wäre da zu sein ja wir wir freuen uns auf fifa und um auf jeden Fall Motivation ist riesig die wir zu spielen um ja dann würde ich sagen du darfst direkt rein halten dann hoch sage ich dir mein Team ja und sagt uns aufgemacht habe nicht gespannt entschuldigt noch wegen der facecam ich habe sie umpositionen denn ich jetzt auf dem bildschirm schaue sieht man schon fast mein hinterkopf so also du hast stürmer aufgeschrieben und rechtes mittelfeld ja du kannst vielleicht erst mal sagen welchen spiel es überhaupt geht ja stimmt ja gut das sieht man ja ja es geht ja um die end of an era karte von fernando torres ich habe zwei spiele zwei Tore auf ihm aber ich finde ihn scheiße ja ich auch aber sieht halt trotzdem geil aus die karte definitiv vielleicht vielleicht beweist es sicher heute tja vielleicht endet er meine meinung heute und ich spiele trotzdem noch weekend league mit ihm vielleicht ne lackerset wird immer in meinem herzen bleiben also ich fange dann mal an mit dem stürmer da muss ich dich direkt das fragen hast du da eine icon aufgeschrieben gut weil ich habe im sturm eine icon gut ragueno baby ich habe den noch nie gespielt aber bin gespannt wer ist und im rechten mittelfeld bin ich in die la liga santander gegangen da habe ich eine food birthday karte von quincy romes ja schön schön für dich die darfst du behalten auf jeden fall das freut mich ich war ganz ganz kurz davor budra genio aufzuschreiben ich hatte eigentlich schon fast hingeschrieben aber hat mich dann doch entschieden da wie wir aufzuschreiben weiß nicht ob die karte aus dem diese flashback karte ich wollte einfach auf nummer sicher gehen rechts habe ich zu so aufgeschrieben so sollte ich sogar fast genommen aber ich habe ihn ja in tods halt nicht ja ja da hat er auch headliner und so weiter also ja aber der sah mir ich brauche auf den flügeln pace das hat zu so nicht das stimmt ja ich bin nur die pace spieler so dann bin ich schon einmal einhalten alles klar dann starte ich im sturm und habe dort ich weiß nicht ob du im spanier oder eine icon aufgeschrieben hast aber ich habe einen spieler aus dem gleichen verein wie torres und auf der linken seite lm ist bei mir koke screen ok ich habe einen getroffen ich habe jetzt einfach mal spekuliert dass du die screen karte hast von dem ich habe sie ja nicht kann ich dir ja schon mal sagen und im sturm habe ich david wir aufgeschrieben ja ok gut darf ich zumindest den ibabu behalten immerhin ja aber auf dem linken flügel darfst du sehr sehr gerne einen torwart machen alles klar mache ich das ist eine gute position für einen schnellen keeper definitiv so dann machen wir nachher mit dem rest des mittelfelds weiter gut dann sind wir beim mittelfeld angelangt bei mir die beiden zms lm beim leben julian die beiden zms und rm und du hältst schon drei nehme ich an ich gehe von links nach rechts im linken mittelfeld habe ich eine stinknormale gold karte reingemacht aber eine mit pace und zwar von betty servia christian teo dann im linken z m habe ich eine special card gezogen die ich jetzt während diesem event gezogen habe von napoli der fabian und im rechten z m habe ich eine champions karte die ich bekommen habe während dem ultimate tors habe ich mich sehr gefreut über diese karte pablo sarabia ja den kannst du auch direkt wieder rausnehmen cool bin ich froh den habe ich nämlich zum glück muss ich den nicht spielen auf dem linken z m habe ich dann busquets ich habe gedacht du spielst vielleicht diese screencard mit 99 pace er war mir zu teuer und auf der linken seite habe ich gedacht weil wenn du busquets genommen hättest hättest du dann eine freie wahl gehabt dann hättest habe ich sterling noch aufgeschrieben aus der premier league wegen meinem potm habe ich nicht mehr schade ich nehme an ich bin dass ich bin schon ein torwart am suchen bin ich richtig oder ja genau für die zeiteinposition torwart ist immer sehr sehr gut denke ich mal schön freut mich haben die überhaupt dann bestimmt so soll ich schon mal rein stellen ich halte rein ich war noch ein torwart am suchen so ja ich halte rein gut also ich fange mal auf dem linken z m an dort habe ich eine karte die du auch verwendest und zwar fabian von neapel in der tots version dann auf dem rechten z m habe ich einen spieler von juventus turin und zwar future star bentacour und dadurch brauche ich natürlich einen rechten mittelfeldspieler von juventus und der muss gleichzeitig noch kolumbianer sein und der kommt da in frage natürlich nur der gute ruhen quadrado champions ja ähm als du gesagt hast du hast eine karte die ich auch habe war ich schon am verzweifeln weil ich an sarabia gedacht habe und den habe ich nicht aufgeschrieben bis du fabian gesagt hast da habe ich gemerkt das steht auf meinem zettel drauf ach nö dann habe ich noch rodri aufgeschrieben und ja den quadrado ebenfalls weil ja viele andere kolumbianer kamen da nicht in frage außer james in form aber mit 70 pace auf dem flügel nehme ich nicht an dass du dir das antust ach man ich wollte sogar erst rames nehmen ja dann würde ich sagen gesniped piu piu man ja ach Gott läuft ja habe ich ein schönes mittelfeld auf jeden fall mit drei bronzespielern das ist sicher geil ja kann ich äh kann man eigentlich direkt zum abstoßen kommen können wir auch machen ich stoße torres freiwillig ab ne ähm ja dann bereiten wir uns mal die Außenverteidiger vor alles klar dann kommen wir zu den Außenverteidigern und du hältst deine Tafel schon rein nehme ich an ja ist real also ich mache zuerst den linken Verteidiger weil den wirst du zu 100% nicht haben das ist äh wieder eine normale Goldkarte äh Patrick gewann Arnhold habe ich da genommen oh Gott die habe ich mir gerade noch angeschaut ja und rechts ja gab es nicht viele Möglichkeiten entweder Jesus Navas ich nehme an du hast den aufgeschrieben oder vielleicht oder einen Holländer und ich habe mich für einen Holländer entschieden nicht Dumfries sondern TT ja schön darfst du beide behalten sehr schön ich habe links einfach mal irgendwas aufgeschrieben habe Telles aufgeschrieben und rechts ja wie du gesagt hast Tresus Navas gut sehr schön dann dann halte ich mal dann halte ich mal rein 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 ich haue meine Spiele rein und ich glaube du wirst jetzt wieder einen wechsel halten wenn ich sogar beide glaube ich nicht wenigstens war es ein Licht an ich war glädig fangen wir es so ich habe ich habe links aufgeschrieben Gaia Todes gleich hättest du den ja gehabt ne und rechts war mir Cancelo war mir einfach zu offensichtlich da habe ich Calabria Future Star aufgeschrieben ah ok das ist natürlich blöd gut tja dann kommen wir dann nachher zu den Verteidigern auf gehts gut dann der letzte Teil des Squad Buildens Innenverteidiger und Torwart ähm da ich mir ziemlich sicher bin dass du alles aufgeschrieben hast ja ich meine es war offensichtlich was ich gehen muss ich meine du hast sicher Van Dijk aufgeschrieben mhm ja den habe ich nämlich dann hätte ich noch Nathan Ake ok und äh im Tor die FIFA 18 Legende Asmir Bekovic ja Asmir Bekovic das 2 die anderen 2 nicht ne die anderen 2 können raus das war ganz schlecht gebaut boah der arme Van Dijk im Tor habe ich Lurie aufgeschrieben ok ne der Bekovic das ist so wie für 18 Legende nochmal auspacken wobei der dies Jahr habe ich fast noch gar nichts für ihn dieses Jahr ja jetzt brauchst du den Fußtrade ja auch nicht mehr ja das ist belastend rosa dann haben wir auf jeden Fall beide schon mal schön viel Bronzespielen am Start ja jetzt hoffe ich nur dass ich meine beiden darf das hoffe ich nicht hältst du schon rein hältst du schon rein ich halt schon rein gut dann fange ich mal an linke Innenverteidiger ich kann es ja jetzt an der Stelle sagen ich habe 11 verschiedene Spezialkarten in meinem Team verwendet oh ok von denen jetzt leider 3 Bronzes sind aber also kein 11 different color sport mehr am Start sondern nur noch 8 wenn es gut läuft ich habe man of the match Ramos in der Innenverteidigung daneben habe ich eine Prime Icon und zwar Fernando Hierro und im Tor den normal goldenen Thibaut Courtois alles klar äh ja ok schön ich bin in der Serie A geblieben ich habe aufgestimmt Koulibaly, Kiellini, Donnarumma Koulibaly habe ich tatsächlich kurz überlegt und ja dann freue ich mich auf dieses Spiel ich auch und meine Abwehr steht jetzt zu ja meine nicht ja 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 dann schauen wir mal gut lustig dann würde ich sagen starten wir dann das Spiel schon machen oh Ybabo oh oh fuck Ybabo hat auch keine 4 Sterne Skills mehr hat ich bin verloren wir haben richtig schlecht die Teams gebaut so wie es aussieht das sah voll geil aus mein Team bist du mit 3 Bronzespieler gehalten ja meins sah auch nice aus vor allem die Verteidigung mit Van Dijk Tots aber ne komm Torres Ybabo jawoll also doch ja meine Endverteidiger die sind halt die sind so lost saustark ist er da wie in alten Zeiten Begovic auch war auch ein bisschen lost außer heute heute machen wir eine Ausnahme so promise komm ja ja moin Kurt war bester Keeper das ist mein Hass Keeper Nummer 1 in diesem Spiel der Typ ist ein der Typ ist ein ja meine Bronzespiele sind saustark der Fabian ist auf Achtung er hat jetzt dann nach diesen Tricks keine Ausdauer mehr er muss rein dann let's go da ist er doch der Fernando ja ja nice kann man nix sagen nächstes mal gräte ich einfach in hinten rein denn es sind eh nur große Spieler ja komm jetzt zwingen wir eine Verlängerung mit diesem fantastischen Gameplay hier da drauf hätte ich jetzt richtig Bock ja auf Ansage läuft da hat das Spiel meine Ironie nicht wahrgenommen Alter ja wohl die berühmten, die berühmten Nachspielzeit Tore was für ein Strahl da war auch direkt ein Schlucken heisst eh du puh dann muss ich wieder Team Pressing machen ey ach ist das belastend das noch mehr jawoll der Victor das absolute Maschine sicher dass es ein Toches SBB ist den nach dem Video kann ich jedem empfehlen ein Spiel gemacht Headtrick was war das denn bitte von meinen Innenverteidiger da ja den gibt er mir noch nein die Zeit ist vorbei Schiedsrichter Abpfiff ja und dann oh jetzt ist es fertig ist es raus oh Gott sei Dank ist das Spiel fertig let's go Ibarbo Man of the Match also das ist eine geile Karte Tore ist ein Tor eine Vorlage und trotzdem finde ich ihn zum Kotzen Ibarbo drei Tore eine Vorlage absolute Maschine dann würde ich sagen nächstes Mal Ibarbo SBB definitiv ich wäre dabei ja gut dann darf ich dir zwei Stück wegkauen schauen wir mal wie ich da schönes Treffen werde ja bin ich überhaupt nicht geil drauf alles klar dann äh kommt der unangenehme Teil das Abstoßen ähm ja zwei Spieler würden mir wehtun natürlich äh Butragüeno er hat mich äh 300k gekostet Tore es würde natürlich auch ein bisschen wehtun auch wenn ich ihn kacke finde und der Rest ist mir eigentlich egal Fabian kannst du noch so gerne abstoßen bitte und ähm ja zwei Picks ich wünsche dir wenig Glück ja gut dann schauen wir mal also 4-4-2 Aufstellung ich nehme zum einen deinen Torwart ja und zum anderen nehme ich den rechten Mittelfeldspiel also FM branche ojojojojojojojojojojojojojo ganz kurz das mein Herz stehen geblieben also im Tor war Promis ja 30k Verlust Ja und äh das rechte Mittelfeld war die Supermaschine EGGETA der bronzerkeeper см ja und Fabian zu Feier des Tages auch gleich abgestoßen Wo war Budraginho? Rechter Verteidiger. Boah. Nah dran. Und Torres zwar im linken Mittelfeld. Ja, gut. Puh, ja. Ich hätte als erstes gedacht, vielleicht die zwei ZM zu nehmen. Da wäre dann auch wahrscheinlich nichts gewesen. Da wäre Fabiano Mbekovic gewesen. Ja, gut. Von daher habe ich es doch ganz gut getroffen mit dem Promes. Ja, dann... Passt auf jeden Fall. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Jedes Mal habe ich am Anfang vom Video vergessen zu sagen, dass wir beim lieben Julian natürlich auch eine Folge aufgenommen haben. Darum sage ich es jetzt nochmal. Ja, der Link ist natürlich wie immer ganz oben in der Beschreibung. Und ja, dann gebe ich das letzte Wort dir. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht, mal wieder hier aufzunehmen. Die Karte von Torres, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt auch nach dem Spiel nicht wirklich überzeugt. Auch nachdem ich den jetzt schon in der Wiegeleague ab und zu mal ein bisschen eingewechselt habe, bin ich jetzt nicht so der Fan von der Karte und werde die wahrscheinlich auch jetzt nicht weiterspielen. Im Gegensatz dazu würde ich sagen, die Babo hat mir sehr gut gefallen. Ja, der... Wenn ich vielleicht öfter mal spielen, absolute Rakete. Der ging ab. Und ja, von daher hat es Bock gemacht und können wir gerne in den nächsten Wochen noch öfter machen. Definitiv. Wenn... Es werden sicherlich noch interessante Karten kommen. Jetzt gerade zum Pullis-Event, denke ich mal, wird noch die ein oder andere geile Karte am Start sein. Von daher... Ja, lasst einen Daumen oben auf dem Video da und dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder. und dann auf jeden Fall schon mal ciao von mir her. Ja, und dann bleibt mir auch noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.